In einer bemerkenswerten Entwicklung sorgt ein X-Account namens Germany at Arab World mit 150.000 Followern für Aufsehen, indem er den deutschen Pass und die damit verbundenen Einbürgerungsverfahren bewirbt. Der Account, dessen Inhalte hauptsächlich in arabischer Sprache verfasst sind, hebt die Vereinfachungen und Neuerungen des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts hervor, die mit dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz einhergehen, das ab dem 26. Juni gilt. Diese Änderungen erlauben es Personen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, mit der Möglichkeit, diese Frist auf drei Jahre zu verkürzen, falls bestimmte Leistungen erbracht werden. Zusätzlich wird auf dem Account auch das Thema Bürgergeld angesprochen, wobei auf Unterstützungsleistungen für bestimmte Personengruppen hingewiesen wird. Die Kampagne scheint sich gezielt an die arabischsprachige Welt zu richten, was durch gesponserte Beiträge unterstrichen wird. Die Authentizität dieses Accounts wirft jedoch Fragen auf. Besonders auffällig ist der goldene Verifizierungshaken, der üblicherweise kommerziellen Accounts zugeordnet wird, im Gegensatz zu dem grauen Haken, der normalerweise bei offiziellen Regierungsaccounts verwendet wird. Weiterhin sticht die Platzierung des Logos auf der rechten Seite und das Fehlen eines eindeutigen Impressums auf der zugehörigen Webseite hervor. Eine Überprüfung der Impressumsadresse führt zu einem Standort in Kairo, was weitere Zweifel an der Echtheit und den Absichten hinter diesem Account aufkommen lässt. Das Auswärtige Amt und seine Beziehung zu diesem Account bleiben unklar, insbesondere da dieser Account vom Auswärtigen Amt selbst auf X gefolgt wird. Diese Verbindung könnte auf eine offizielle Beziehung hinweisen, obwohl die dargestellten Informationen und die Art und Weise ihrer Präsentation untypisch für offizielle Regierungskommunikation erscheinen. Zusätzlich zu den Fragen um die Authentizität des Accounts und seiner Kampagne gibt es Bedenken hinsichtlich der Verwendung von anscheinend gefälschten Passfotos und fehlerhaften Informationen zum deutschen Pass. Derartige Ungereimtheiten verstärken die Verwirrung und die kritischen Stimmen gegenüber dieser Initiative. Die Situation um den Germany at Arab World Account wirft somit eine Reihe von Fragen auf, die von der Authentizität und den Zielen der Kampagne bis hin zu den möglichen Implikationen für die deutsche Außen- und Integrationspolitik reichen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Angelegenheit weiterentwickelt und welche Antworten von offizieller Seite gegeben werden.